Hallo und herzlich willkommen zu Solamento TV, euer Magazin rund ums Thema Reisen. Ja, ich befinde mich hier in San Francisco im historischen Viertel. Ich denke, ihr alle kennt die berühmte Häuserschlucht und im Hintergrund haben wir die wundervolle Stadt San Francisco. Ja, die Welt ist schön, schau sie dir an, das ist unser Motto bei Solamento. Und deshalb kann ich euch nur raten, jobs.solamento.com, da könnt ihr Reiseberater werden, da könnt ihr Influencerreisen mitgestalten, Reisen verkaufen, bei uns in die Solamento Group einsteigen und Spaß haben und natürlich noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Also jobs.solamento.com und dann geht's los. Viele Grüße hier aus San Francisco.